Hallo und willkommen zurück zu meinem neuen Let's Play, wir spielen Tomboy, da zieht es euch rein und bleibt dran, es wird spannend, für Kinder unter 18 Jahren ist dieses Spiel nicht geeignet, ich habe keine Ahnung was uns hier erwarten wird, von daher starten wir mal ein neues Spiel und viel Spaß beim Video, Freunde. Wir starten jetzt mal auf eine leichte Schwierigkeit und let's go. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun ist besonders, nicht was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen, Abenteuer nachjagen, aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüber zieht, Finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schwingen, bewegen Sie sich links, rechts, synchron mit dem Schwung, um Schwungkraft aufzubauen. Oh, fuck. Da geht es tief nach unten, Freunde. Oh, holy shit, da sind wir getroffen. Oh, shit. Wo sind wir hier gelandet? Überall Knochen auf dem Boden. Alter Schwede. Oh, Gott. Nein. Nein, nein. Was ist das hier? Was ist bloß passiert? Das frage ich mich auch. Eine Wackel. Wow. Oh, Gott. Oh, nein. Er muss mich gehört haben. Oh, verdammt. Okay, wir können gut rücken, um die Umgebung zu erkunden, dann machen wir das doch mal. Okay, wir sind wohl etwas schlauer geworden. Von daher zenden wir unsere Fackeln nochmal an. Oh, fuck. Ich geh mal lieber in Sicherheit. Ich geh mal lieber in Sicherheit. Nee, mach du ihm nicht mehr. Nice. Alter, wie schön der drauf. Komm zurück. Komm zurück. Ich will dir nur helfen. Das war knapp. Ich will dir doch nur helfen. Alles klar. Das finde ich Hilfe. Ja, ja, ja. Komm zurück. Ich will dir nur helfen. Oh, nein. Ich frage euch gerade wie wir durch diese misslungenen Lager überhaupt hinein gerutscht sind. Finden sie einen Weg, genau, ok, na super, Ansatz hier, Wegreise, Hülle der Plünderer, ok, hier ist die Fakulierter, nein, natürlich nicht. Ja, ich frage euch. Okay, also die Sachen können wir anzünden. Na gut, dann gebe ich mal ein bisschen Knellgas. Aha, okay, wieso nicht größer? Und ich versuche, füge ich es nochmal. Und der war klar, geht es schnell da, geht immerhin nur in unser Leben. Alter, what the fuck? What the fuck? Boah, das war knapp. Fangen wir hoch mit dir. Nein, what the fuck? Was soll das denn? Holy shit, wo lässt die alles kalt los? Egal, alle guten Dinge sind frei. Okay. Aber jetzt aber. Was, schon wieder? Bam, voll in der Fall. Oh, da geht es aber tief. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Okay. 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 Lass uns zeraken. Okay. 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 Okay, we're gonna chill. Oh, gerade noch vor. Tom Voila. Okay, meine Lieben, wir haben es halt noch so halbwegs aus der Höhle geschafft. Ich würde sagen, weiter geht es in der nächsten Folge. Geht auf KenobiStacker einzulaufen, meinen anderen YouTube-Kanal, Markus S.L.A. Ich bedanke mich fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.